Willkommen zurück zu SFS Tutorial und willkommen zur zweiten Folge von der PlanetEdit-Serie. Wir sind hier in The Archiver und ihr seht, ich bin in dem Ordner vom Spiel drinnen. Heute werden wir uns nämlich die Planet Data anschauen. Das wird so der Hauptteil sein, dem wir uns hier in dieser Serie zu widmen werden. Und zwar finden wir das hier im Ordner unter Files, Custom Solar Systems und dann eben hier die ganzen Ordner. Und hier drunter, ich habe jetzt hier mein Exempel, unter Planet Data und dann haben wir hier die ganzen Planeten. Und ich will euch erstmal einen Überblick geben, was da eigentlich alles drin ist. Und das machen wir einfach mit der Erde und das öffnen wir einfach und da sind wir schon. Das hier ist QuickEdit, nur weil ihr es wissen wollt. Also das ist hier die Datei der Erde, das ist eine ganze Menge. Und ich werde nicht alles durchgehen in dieser Folge, sondern ich werde euch erstmal einen Überblick geben, was da eigentlich drin ist. Und dann werden wir uns die Basisdaten anschauen, die mindestens nötig sind, um einen Planeten bzw. generellen Körper zu erstellen. Also hier haben wir die Erde und ihr seht ganz oben hier in diesem Bereich, ich wähle das Ganze mal aus, also wir haben das hier. Das sind die Basisdaten, die sind einfach nötig, um den Planeten erstmal zu erstellen. Das werden wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen. Hier unten, da haben wir die Atmosphäre, einmal die physischen Eigenschaften und dann die visuellen Eigenschaften. Dazu zählen dann wiederum die Wolken und der Nebel. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Hier unten geht es dann weiter mit der Oberfläche und zwar der Textur. Und das geht dann hier auch eine Weile weiter. Hier über die Oberflächenstruktur dann. Und das war es auch so ziemlich zur Textur von der Oberfläche oder zur Oberfläche generell. Dann haben wir hier die Nachbearbeitung. Das sind einige Sachen, die relativ kompliziert sind, obwohl sie eigentlich relativ einfach sind. Und ihr werdet es sehen, es wird wahrscheinlich das letzte Video sein, wo ich das erkläre. Und hier unten haben wir einmal Orbit Data und Achievement Data. Und Orbit Data ist halt der Orbit vom Planeten bzw. vom Körper generell. Und ihr seht, das umkreist die Sonne bei einer bestimmten Höhe. Und das ist auch sehr wichtig, um einen Planeten erstmal zu erstellen. Achievement Data, also Sachen, die ihr halt erhalten könnt, also Erfolge, wenn ihr bestimmte Sachen macht. Das werden wir uns auch jetzt gleich anschauen. Aber soviel zum Aufbau, zur Struktur davon. Wir haben die Basisdaten, wir haben die Atmosphärendaten. Hier unten haben wir die Oberflächendaten, die Nachbearbeitung, Orbit Daten und die Erfolgsdaten. Und dann gehen wir jetzt rüber, zumindest zu den Basisdaten und den beiden hier unten. Hier drüben habe ich mir mal die drei Teile rausgeholt. Einmal Basisdaten von ganz oben und Orbit Daten und Erfolgsdaten von ganz unten. Und ihr seht, ich habe hier zwischen allen Platz gelassen, damit ihr wisst, dass da noch was dazwischen kommt. Also wir haben hier ganz oben Version, also in Zeile 2 Version 1.5. Das ist einfach die Version der Datei und selbst die neuesten Dateien haben immer noch nur die Version 1.5. Ihr solltet da, glaube ich, nichts dran ändern. Das hat einfach keinen Sinn, es ändert nicht wirklich was. Jedenfalls könnt ihr das einfach auf der Version 1.5 lassen. Dann Zeile 3, Basisdaten. Da beginnen quasi die wichtigen Informationen über den Körper. Zeile 4, Radius. Das ist eigentlich selbstverständlich, das ist der Radius in Kilometern. Und die Planeten im Spiel haben ein Verhältnis von 1 zu 20. Heißt, ein Kilometer im Spiel sind eigentlich 20 Kilometer in der Wirklichkeit. Das stimmt nicht ganz bei allen Planeten, aber es ist so ungefähr die Richtlinie, so die Daumenregel könnte man sagen. Deshalb, falls ihr einen Planeten machen wollt, zum Beispiel Saturn, dann müsst ihr das Ganze in 1 zu 20 verkleinern. Dann Zeile 5, Gravitation. Ja, das ist einfach die Fallbeschleunigung. Das hier ist übrigens nicht die Erde, sondern ich habe da Teile aus verschiedenen Planeten rausgeholt. Das ist hier die Gravitation von der Venus. Und zwar ist das einfach nur die Fallbeschleunigung in Meter pro Sekunde Quadrat. Und da schreibt ihr einfach den echten Wert rein, nicht so wie beim Radius, wo es verkleinert wird. Das ist einfach die echte Beschleunigung an der Oberfläche. Und dann war es das damit. Time Warp Height in Zeile 6, das ist einfach die minimale Höhe für die Zeitbeschleunigung. Bei der Venus liegt es bei 35 Kilometern. Und ja, das ist auch in Kilometern, das habe ich nicht dazu geschrieben. Das mache ich danach. Also es sind 35 Kilometer mindestens. Und bei der Erde sind es halt 25 Kilometer. Ansonsten war es das auch. Velocity Arrows Height, das ist die Höhe, die maximale Höhe, bei der Geschwindigkeitspfeile angezeigt werden. Also ihr wisst ja, wenn ihr auf einem anderen Planeten landet als Erde, bei Erde funktioniert das halt nicht, weil es der Startplanet ist. Wenn ihr bei anderen Planeten landet, zum Beispiel auf dem Mond, dann seht ihr, wenn ihr dicht an der Oberfläche dran seid, dann wird dieser einzelne Pfeil aufgeteilt in zwei Pfeile, einmal den horizontalen und der vertikalen Geschwindigkeit. Und darum geht es halt hier, bei der Venus sind das 3000 Meter. Also das hier ist in Metern, nicht in Kilometern, da müsst ihr drauf achten. Und soviel dazu. Map Color, Zeil 8. Das ist die Farbe des Körpers auf der Karte, ganz einfach gesagt. Und ihr habt drei, ne vier verschiedene Eigenschaften. Also ihr habt den rot-grün-blau-Anteil. RGB halt auch. Das sollte kein großes Problem sein. Praktisch ist es einfach. Also ihr solltet das selbst herausfinden können. Ja, ihr könntet auch, wenn ihr Pixel-Lab habt, da könnt ihr eine Farbe machen und dann könnt ihr euch das anzeigen lassen, die RGB. Und dann da drunter haben wir A. Das ist die Opazität oder die Durchsichtigkeit. Und zwar in etwa das Gegenteil. Also Opazität ist die Deckkraft quasi. Und Durchsichtigkeit ist halt eben das Gegenteil. Jetzt gerade ist es bei 1. Das heißt, es ist 100% deckend. Wenn ihr eine kleinere Zahl habt, dann wird das auf der Karte nur so schwach angezeigt. Wenn ihr zum Beispiel unbekannte Planeten habt und dann das nur so leicht angezeigt haben wollt, dann könnt ihr eben die Opazität verringern auf 0,5 oder so. Und dann wird das so leicht durchsichtig dargestellt. Dann haben wir die Basisdaten geschafft und dann kommen wir zum Orbit-Daten. Und zwar Orbit-Data sind halt die wichtigen Daten über den Orbit. Parent ist Sun. Also die Sonne wird umrundet. Das ist der Zentralkörper, der umrundet wird. Beim Mond zum Beispiel steht dann eben Erde. Zeile 20, Semi-Major Axis, also das ist die große Halbachse. Im Grunde die Orbitalhöhe, wieder auch 1 zu 20 verkleinert und es ist in Kilometern. Ist relativ logisch. Dann Exzentrizität. Das ist die Abweichung der Umlaufbahn von einem Kreis. Und ja, also je höher die Zahl ist, desto mehr elliptische Bahnen bekommt man. Momentan geht das noch nicht. Also es funktioniert noch gar nicht. Ihr könnt da jegliche Sachen eintragen und es würde nichts passieren. Dann Argument of Periapsis. Also das Argument der Periapsis einfach. Der Körper wird entlang der Bahn gegen den Uhrzeigersinn versetzt. Also stellt euch mal vor, ihr habt eine Platte. Oder ich sage erstmal weiter, starte rechts und ist in Grad. Gut, also stellt euch mal vor, eine Bahn, eine Laufbahn um die Sonne. Und wenn es bei 0 ist, dann ist der Planet ganz rechts. Wenn ihr es jetzt hier zum Beispiel auf 90 stellt, ist es nach oben. Also es bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn von rechts nach oben, nach links, nach unten. Und wenn ihr bei 360 angekommen seid, dann ist es halt eben wieder rechts. Und das war es damit, ja. Also es ist ziemlich nützlich, wenn ihr bestimmte orbitale Stellungen haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel die Trojaner macht, die Jupiter-Trojaner. Die haben ja einen Abstand von etwa 60 Grad ungefähr. Vom Jupiter entfernt, also auf derselben Bahn ungefähr, aber 60 Grad entfernt. Und dafür könnt ihr das eben benutzen, damit es nicht genau auf dem Jupiter drauf ist, sondern eben diesen Abstand einhalten können. Dann Direction, also die Richtung einfach. Das ist die Bewegungsrichtung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. 1 ist dabei im Uhrzeigersinn. Bewegt sich halt eben von oben nach rechts, nach unten, nach links. Also genau Gegenteil wie Argument of Periopsis. Oder wenn ihr es eben auf Minus 1 stellt, dann habt ihr eben den Gegen-Urzeigersinn. Genau. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man es auf eine Zahl dazwischen stellt. Ich würde es auch nicht machen. Also vielleicht ist es auch einfach so, dass wenn es positiv ist, dann bewegt sich im Uhrzeigersinn. Und wenn es negativ ist, gegen den Uhrzeigersinn. Aber ich werde da nicht unbedingt viel rum experimentieren. Das kann schnell mal was kaputt machen. Multiplier SOI. Also das ist ein Multiplikator für den Einflussbereich des Körpers. Und zwar haben alle Körper standardmäßig schon einen Einflussbereich, der gemessen an der Gravitation ist und eben dem Radius. Aber ihr könnt das nochmal erhöhen. Und zwar, wenn ihr da einfach 1 reinmacht, dann sollte es größer sein. Also, weiß nicht genau. Ich habe tatsächlich nicht herausgefunden, inwiefern das vergrößert es auf jeden Fall. Ja, soviel dazu. Also, ihr könnt damit von kleinen Monden oder von Asteroiden den Einflussbereich erhöhen, damit man eben leichter ein Orbit erreichen kann oder leichter überhaupt in den Einflussbereich kommt. Und das war es zu Orbit Data, also den Orbit. Und kommen wir zu Achievement Data. Und zwar sind das eben die Errungenschaften oder eben auch Erfolge. Wir haben insgesamt 5 verschiedene. Wir haben einmal Landed, also die Landung auf der Oberfläche. Takeoff, also der Abflug von der Oberfläche. Atmosphäre, also Flug durch die Atmosphäre, entweder verlassen oder eintreten. Orbit, True, ist eben der Orbit um den Körper, ob der möglich ist oder ob man dafür einen Erfolg bekommt. Und Crash, wenn man drauf prallt. So, und wir schauen mal kurz. 8,5 Minuten, sehr schön. Das war es tatsächlich mit der Folge. Wie gesagt, ich will es möglichst kurz halten, damit ihr es euch auch anschaut. Und ich denke mal so, 9 Minuten sind eine wunderbare Zeit. Oh, ich wollte euch noch was zeigen. Also, mit diesen Daten allein hier kann man schon einen Planeten erstellen oder Mond. Und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar am Beispiel von Phobos. So, da haben wir die Datei von Phobos. Und zwar haben wir hier die ganz gewöhnliche Datei. Ich habe bisher noch nichts daran verändert. Aber das werden wir jetzt. Und zwar werden wir alles entfernen, bis auf die drei Punkte, die ich euch eben genannt habe. Also, die Oberfläche, die Atmosphäre und eben die Nachbearbeitung werden wir alles entfernen. Und bis hier. Und ihr seht, jetzt haben wir hier nur noch die Version, Orbit Data und Achievement Data. Und ich würde das hier gerne noch wegmachen. So sieht das dann aus. Und ich würde das gerne verändern, sodass eben nicht der Maß umrundet wird. Sondern die Erde. Und dazu tippen wir hier einfach ein. Earth. Und dann muss ich mal kurz überlegen. Die Erde hat 315.000 im Durchmesser. 315 Kilometer. Und da fügen wir mal noch was hinzu. Sagen wir mal 45. Und dann haben wir hier 360.000. Und dann speichern wir das Ganze. Und dann öffnen wir mal SFS. Da sind wir in SFS. Und wir erstellen einfach eine neue Welt. Die brauche ich jetzt keinen besonderen Namen. Und wir holen uns Test. Das habe ich ja in der letzten Folge umbenannt und kopiert. Und da habe ich gerade die Datei verändert. Ihr müsst euch sicher sein, dass ihr das vorher kopiert. Also den Ordner. Wenn ihr ein Example etwas ändert, dann wird das nicht möglich sein, weil der Ordner Example eben nicht im Spiel geöffnet werden kann. Und jetzt zoomen wir mal raus. Und ihr seht, wir haben Phobos hier als klitzekleinen Begleiter ziemlich dicht an der Erde. Und ich zoome mal, ich gehe mal hier hin, dass es direkt über uns ist. Und ihr seht, das ist Phobos. Also sieht grässlich aus. Und so sieht es tatsächlich einfach aus. So ist es auf der Karte. Das Ding hat halt keine Oberfläche. Deshalb können wir daran nichts ändern. Wir zoomen mal weiter raus. Und ihr seht, da ist keine, kein Spur von einem kleinen Planeten. Es liegt daran, dass der Planet einfach, also der Mond, der Asteroid von mir aus, er hat keine Oberfläche, er hat keine Atmosphäre. Deshalb kann man ihn eigentlich gar nicht sehen. Aber er existiert schon als Datei, als Planet. Und er orbitiert eben hier, oder er kreist um die Erde herum. Bei einer Höhe von etwa 45 Kilometern. So, das war nur so eine kleine Beispielerklärung. Ich werde das jetzt auch gleich wieder rückgängig machen. Das braucht ihr jetzt noch nicht unbedingt. Aber das sollte erstmal so eine kleine, so ein kleiner Einschub, eine kleine Einführung sein in das Thema. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge machen wir dann Atmosphäre und die Oberfläche. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!